Ja, guten Morgen. Mein Name ist Dieter Begel. Ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH. Das ist heute der vierte Tag meiner 21-Tages-Challenge von Vitamin Grün und Du, deine beste Medizin. So wie der Regen heute hier runterprasselt, ist auch meine Stimmung. Ich hatte eine nicht so dolle Nacht. Und jetzt gucken wir mal, ob sich das auf den Tag auswirkt oder ob es in unserem kleinen süßen Karten-Set etwas gibt, das mir über den Tag helfen kann. Logisch. Die Atembrücke. Die Atembrücke ist eine tolle, schnelle, einfache Atemübung. Und sie ist nebenbei auch noch ein kleines Herz-Kreislauf-Training, was ich heute vielleicht ganz gut gebrauchen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.